Der Sound war ein bisschen gemütet, aber ich glaube nur zwischendurch. Hast du jetzt die Runden eingestellt, Paul? Ja. 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 Paul macht nicht mit. Beim Ja, ich rufen. Watt ist? Ich rieche mal ein bisschen lauter, Alter. Ich habe kassgeredet, sorry. Blackscreen. Geht doch. Blackscreen, Mama. Hi, Paul. Hi. Das ist immer so eigentlich, oder? Naja, ich hatte ihm die ganze Zeit Blackscreen. Ich konnte jetzt auch nichts dafür. Sie sagen ja, ich spreche dich ja ab welches Team sie... Jetzt langsam in der Konstellation ist keine Besonderheit mehr. Einer war oben auf dem Dach in der Mitte? Einer ist auf dem Gemüsegarten. Oh, Alter. Ey, Jonas. Jonas ist am Campen. Der ist da rein. Nur so, du Blindfisch. Hinter dir. Meinst du es geht gut hier? Ne. Gemüsegarten, Alter. Oh Gott. Kurze Hölle. Er ist runtergesprungen. What the fuck, Alter. Wie kannst du bitte ein ganzes Magazin schlucken? Oder du hast übelstens schlecht geschossen, vielleicht? Ja, halt jetzt die Klappe. Ja, ja. Glaube mit mir voll. Du sterb lieber nicht. Hättest nicht überlebt. Ja, ich weiß. Zwei Leute. Nichts Schnittchen. Nichts Schnittchen. What the fuck? In-Ambut. Geile über ... über Alarm, rechts und ... Töte, en! Ich habe eine Sniper. Oh, Alter. In-Ambut. Zu dir aber immer mehr.... Ja, aber lebe ich nicht. So, mich doch. Das war nie mein Deь. Aber, Leute. Paul lebst du noch? Der war ... Leut! Da wird sein. Mach! Ja! Ja! Ein Mann, Alter! Weil Jonas war irgendwie gar nicht zu sehen. Alter, zack, irgendwie Messer am Arsch. Spitz mit Kommando. Ähm... Ninja. Ok. Ah, David ist wieder da. Hi David. Hallo. Läuft der Stream noch? Jawoll. Wie geht denn? Fuck. Oh. Alter, danke Paul, dass du mir den Arsch probierst. Alter, Paul. Ähm, Handkoll war der Out. Ist ja schlecht. Oh, mit G18, Alter. Ja, meine Umpe, weil er hat euch machen. Dann nimm ne andere Secondary. Mit G18, okay. Alter, Paul, du siehst die Z4 noch fliegen, renn weg. Null, die Waffe. Paul mit deinem Diegel, Alter. Das war, na, das ist ein Diegel. Ja. Hopp, hopp. Du benutzt ja stören. Paul und Loll. Dein Ernst jetzt? Wir haben die Bombe. Ja. Lass mal ein Team noch ungleich machen. Welches Team soll ich denn ungleich machen? Komm, Auto zu weisen. Auto zu weisen. Einer ist in der Mitte auf dem Dach. In der Mitte? Halte dich für eine Lüge. Ich auch. Bei denen ist einer auf dem Dach, Gemüsegarten. Ja, da war wirklich einer, der hat auch nicht geschossen. Ziemlich schlecht. Wer hast du? Paul. Paul. Da ist einer obendrauf. Alter. Wie kackt gar nicht kackt mehr. Alter, wie kackt gar nicht kackt mehr. Alter, von B kam der. B? Ich hab dich immer runter, ich hab dich immer runter springen sehen. Irgendwie hab ich nie getroffen. Ja, ja. Mit wem spielt Jonas in einem Team? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ist mal Auto zu weisen. Wie auch drauf, der ist auf dem Dach oben. Welchen Dach? Wie viele Dächer? Auf dem bei Arm. Sehr gut. Okay. Du bist lustig. Der ist ein Bitz, Alter. Muss ich auch nichts machen. Mit wem will ich? Paul und... Paul und... Was? Ja. Nein. Eigentlich will ich ja mit Jonas in einem Team. Ja. Lukas ist gerade auf dem Niveau von Leo, also von daher wäre es nicht noch unfairer gegangen. Und Leo ist auf dem Niveau von... Einer auf dem Dach, auf Timos Camperdach. Wo ist denn das? Wow! Timos Camperdach ist angefickt? Ich hab ein D gemacht, Paul. Was war das denn, Alter? Sascha, Hilfe. Timos Camperdach ist das bei B. Ach so. Ich weiß nicht, dass ich gerne von der Santex Weckenfliege durchs Dach bin. Geil. Die Kinder hätte ich gerne gesehen, ey. Haben wir eine Ahnung, wo Jonas ist? Ich weiß ja, ob ich gerade den Gang bei A gesehen habe. Ja, so spiele ich immer bei Jonas. So spiele ich immer bei Jonas. 2. Ich weiß ja, ob er zu A gehen wird. Gut. 10. Ja, schön von... Alter. Ach, ich... Schön. Ich bin da voll runtergefallen. Ich wollte eigentlich rüber springen und der eine Stelle auf da, der gekehrt war. Ja, ich habe gerade den auf dem Dach anvisiert gehabt. Ja, das war ich. Gerne, David. Gerne. Danke. Gerne. Über Leo und Maike waren echt lustig. LOL. Happy. Haus. Was? Was ist der Antel auch? Was ist der Antel auch? Weiß ich nicht. Aua. Oh, lol. Oh, Mann. Scheiße mit Arzt. Der steht links in diesem ganz kleinen, in der ganz kleinen Kammer da. Weißt du, wo ich immer lag, Lukas? Der ganz kleinen Kammer? Ja, wo ich auf dich raufgesprungen bin, in dem, was wir letztens aufgenommen haben. LOL. Ui. Da lag der... Ach, da. Ja, 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 ja. Wo ich runtergefallen, wo du auf dich raufgesprungen bist und ich mich gewundert halten. Alter, mit ACOG, wie sieht es, Snape ist eine schlechte Idee, man darf nicht mehr Luft anhalten, sonst sucht man immer wieder raus. Ich habe irgendwann eine Ahnung, wo der ist. B. 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 Der steht da, was weiß ich auch nicht mehr rausgekommen. the resist clearly rundherum ich die wand wäre. im Leben rausgekommen. deswegen alle was hast du ja dachte ich bin der bau wie der bau wie ich habe gut noch geht keine Ahnung egal Jonas du bist gerade an mir vorbeigelaufen er ist jetzt kämpft nee nee oder erst mal hinterher rennen Alter Finder schreibt mich mal bitte nicht so David Spielings mal ne vernünftige Waffe Hau du machst die ganze Sprache chillen oh lol was sagst du das werde ich gewinnen Jonas schießt auf mich echt jetzt hab ich nicht gewusst wo der war ach einfach nur mal schießen oh nice die Waffe ist so lustig wir haben viel Spaß tut mir leid das muss jetzt sein aber du musst mal gucken wie du da sitzt das sah so geil aus jetzt häng ich den Paul drin an oder so bei Lukas erst mal auf den Busch schießen das ist alles 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 töten ja ich snipe ja die ganze zeit ansonsten ist unfair 3 gegen 4 das war ja ich finde ich bin ne Sekunde viel reingekommen da hab ich nicht drauf klargekommen dass Lukas da rausrennt hä? dass Leo da rausrennt schon wieder mit äh das ist schon zu viel für deinen Kopf das geht mir aber auch so ne Witz ja Paul kämpft oben auf dem Gemüsegarten ich hab geschaut wieso ist es auch hier in die Luft geflogen? was du campen nennst das ist ja interessant ja ich weiß nicht die ganze Zeit in der Küche kann man sich da oben stehen in der Küche Paul ist Paul ist erster wieso ist es auch in die Luft geflogen? keine Ahnung weil du drauf oh Gott Theo ist als wie du da ankamst das ist mal ich dachte ich hab C4 bei den ne nice jetzt mal vorher rein rennen erst mal Messer erst mal umarmen erst mal ein Baum jetzt sitze ich nicht auf dem Gemüsegarten was? was wo denn dann? im Obstgarten im Garten B oh Gott der Typ auf B ah was? einer ist gerade in das Eisladen rein in das Eisladen Jungen in das Eisladen Jungen in das Eisladen Jungen Alter wie hier alles echt gut ist zu einer ist oben auf dem Dach drauf oh fuck jetzt ja und zu mir Alter ähm Jonas liegt im Camp auf dem Gemüsegarten Friseur 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 ah ne und meckert ja danke danke David weil der Team Team killt hier kommt der mir erst mal entgegen eiskalt Alter ich drück im Handelsmagazin aus der G18 ein Stand der da eigentlich nicht? Irgendwer ist runter gesprungen ja das war ich mach mir nicht so ne Angst Junge das schaffst du jetzt ja alter wo ist der? wo ist der? im Gemüsegarten bestimmt wenn ihr mir nicht zuhört im Gemüsegarten ich weiß ja nicht ob ihr beide taub seid oder so ne der stand im Mittelhaus kommt nur das eine noch ah im Mittelhaus wir haben ja extra auf Gemüsegarten geschaut ach so ich hab vergessen die Killcam auszumachen sagst du? sehr gut wie macht man nochmal Team Chat? irgendeine ja ich weiß nicht wo du es hingelegt hast Y ist bei mir auf einmal Sprachchat dann ist es Z hii oh ich darf nicht wieder dass er zur A geht hallo hallo tschüssiii er freche dass die mich da noch getötet hat ah snipe geht eigentlich voll klar kann man immer schon spotten ähm ja ok Zero nimmer grünh oder tschu guich einer B einer uben auf dem Gemüsegarten einer snipet jona snipet glaube ich wo? ja wow in dem ding drin und hat gekämpft die große straße grafiker wo war der b runter also b die straße runter ja alle auf einmal bitte ich sie nicht mehr die fahrt leer was du bist du bist du wirst du wirst du wirst oder es ist noch gar nicht hin oben alter russ so ein langweiler jonas ist kein russer der kämpft wieder offen ja der kämpft immer da habe ich meine kippen mit der stadt habe ich gerade daraus ich glaube ich habe gehört unternehmen und dann kommt er gerade war drauf und so mit drei spieler bis nach oben sonst können die bohren nicht aber ich will auch sniper ja du kannst es so gehen da wird es sind da in der jahre jonas sitzt wieder von dem mann der stadt auf links Also, Jonas sitzt, glaub ich, wieder links auf seinem Dächlein. Genau, aber Leo ist, keine Ahnung. Der Rutscht hier, aber warum... Ich weiß nicht, die Zahlen aus dem Bildschirm fliegen. Alter Junge! Der tut schon... Einer Friseur runtergesprungen ist in der Mitte. Und einer A. Ich hab's voll gesehen, das sah ja übergeil aus. Leo ist da auch! Leo ist da auch! Leo ist da auch, sehr schön. Hast du ihn nicht gesehen? Hast du ihn nicht gesehen? Wie geil! Alter, ich hab erst mal alles, was ich hatte, da hingeschmissen. Lol. Habe ich dich nicht gemessert? Vor allem, ich hab... Lol! Nice, alle, nice! Ey, wir sind Sniper und gewinnen! Das war mir einfach richtig. Friede, Freude, Heier, Kuchen! Richtig hart genutzt, Leo. Aha, Lack. Er ist aber auch noch mal voll durch dein Bild gesprungen, Leo, dass du den nicht gesehen hast. Nee, ich war... Alter! Völlig braun. Völlig braun. Lass dir vom Camper nichts gegen, Leo. Ja, naja, so hätt ich mir das Sniper, hättest du lieber einen Sniper-Nahkampf-Umrotts-Spray gehabt. Der ist... Uuuuut! Jonas wieder hinten war zum Spawner. Guck mal! Er beschwert sich, wenn ich in meinem Spawn bleibe. Er beschwert sich, wenn ich in euren Spawn reiwashed. Naja, aber du warst schon in der Neue, das ist doch inkompetent und scheiße. Wie soll ich denn bitte spielen? Inkompetent! Ja, gar nicht. Gebt dir am besten direkt ne Headshot. Ja, es geht leider ja nicht. Lol. Neuer Spot. Sehr kompetent, Paul. Sehr kompetent, ja. So eine Scheiße! Da kommt man quasi sich hoch. Ja, wie komisch die Killcam aussehen wird. Krillcam? Hi, Paul! Oh, mit der Nuvo. Ja, ich dachte nur so... So hier Prüfblick ist eh kein... What the fuck, Paul? Alter, ich... Ich spiel doch gegen zu dritt nicht richtig gegen die. Sonst kann ich gern mal mit ACR spielen und so. Oder UMP, vielmehr. D-Tour. D-Tour. Ah, da kam er, alter. Leo ist so eine Luckbox. Scheiße. Wo, 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 wo. Ja, die sind, ähm, zum Gemüsegarten hoch. Du hättest, du hättest auf jeden Fall stellen müssen zum Gemüsegarten oben am Haus drin. Wer lebt denn jetzt noch? David lebt noch und der hätte auf jeden Fall tot sein müssen, alter. Scheiß Messern. Weiß ich, wenn ich gemessert werde, wenn ich immer über 3 Todmeter gemessert werde, wenn ich einmal messere, griffe er natürlich nicht. Ja. Ja. Ich bin nach dem Herrn. Oh Leute, nicht den Sound hier und spiel. Rechts! Kein Ninja. Ah, schade, machst du nix. Kein Ninja drauf, David? David, warum spielst du hier mit Sniper? Du hättest doch eh noch mit der Desert D-Clar Cambo rum. Ah ja, halt den Mund. Versuch dich gar nicht erst rauszureden. David, lass dir von dem Camper nichts sagen. Ne. Ich bin kein Camper. Jetzt nicht mehr. Ich spüre wohl nach klein, Junge. Das schwitzt doch viel mehr. Ich halte nicht mehr Sniper. Das ist jetzt eure eigene Schuld, dass ich nicht mehr Sniper stehe. Aua. Wer schießt denn da auf mich? Ja, ich dachte mir auch gerade. Am Arsch, Junge. Du bist über mich rübergejumpt, oder? Was schießt du denn? Alter Lukas. Deine Oma. Alter, jetzt hat er dich wegen dir gesehen. Der ist oben auf dem Dach, Junge. Oh man, da schießt der da einfach mal ein. Ihr seid so ein Profi-Team, Walter. Das ist unglaublich. Du bist so ein Mondo. Ganz ehrlich. Entschuldigung. Ja, was feuerst du denn da einfach? Walter. Da kann er erst mal ein Magazin nach dem anderen raus, ey. David. Wieso machst du sowas, David? Das ist eine lange Weile oder so. Was denn? Warum schießt du nicht? David, check mal mit dir den Stream. Hä? Was? Nö. Nicht wirklich. Okay. Also, ich scheiß da gerade so drauf. Ja, die Tor. Hörst auf, Alter. Jetzt fang ich mal mein ganzes Skill aus. Ich hab mal einer meiner Profi-Aktion gesehen. Hörst mal auf, Alter. Jetzt mach ich nur für Sixties, Junge. Ich snack die weg, die Jungs. Töten! Oben, Gemüsegarten. Achso. Gibt mir Opfer, Junge. Ja. Frend Richtung A. Nicht auf meinem Bildschirm gucken. Spaß. Ich hab nur gucken, was du spielst. Ja, was ich spiele. Er wollte nur gucken, was ich spiele. Ich spiel Sniper. Ja, ist ja gut. Was spielst du denn, OMP? Oh, du campst da. Hm, die Kurbel. Oh! Nein! Ich möchte machen auf die Entfernung mit der Waffe. Oh Mann, ey. Ja, guck mal, es war OMP Akimbo. Alter, ihr seid so um ne miesen Camp, aber. Naja, da hab ich voll daneben gesitzt. Es ist ja zwei Sekunden, no. Okay. Wie Leo dann nur in der Ecke auch. Ja, pass auf. Leo guckt auf meinem Bildschirm und sagt so, Jo, ich wollte nur gucken, was du spielst. Ey. Mann, ey. Schlechtere Aushilte hab ich auch nicht gehört. Leute, B. Ja, sehr schön, Jungen. Bums, die weg, Alter. Ey, lass mir den letzten, für dich mal ein Trickshot. Ja, mach wirklich. Pass auf, jetzt. Pass auf, jetzt ist er tot. Jonas, hast du den nicht gesehen? Mann, ich wollte. Nein, hab ich echt gesagt nicht. Ja, aber... Nein, nix aber. Ich hab gesagt, ich mach den jetzt. Wo war denn der? Ey, der hat dich locker in den Quickscope. Der war da und an dem Balkon war auch noch keiner. Ich war auf dem Gemüsegarten, der wäre da nicht weggekommen. Und ich stand in der Dusche. Echt jetzt? Oh, weißt du noch? Wollen wir den Duschen gehen? Ja, okay. Und dann lag der da eiskalt, ey. Der Typ. Eiskalt. Eiskalt, steppe ich im Club mit meinen Jungs. Lorde, dann gebe ich dem nen Hit, Mark. Oh Gott, bist du ein Bobby? Da legst du dich da ernsthaft hin? Ich wusste nicht, du warst. Oh Gott. Weißt du, ich schieß Leo an. Er legt sie erstmal eiskalt mitten aufs Feld. So. Sehr gut. Oh, einer ist oben auf Timos Camper da. Jetzt schieß doch. Sorry. Im Friseur. Jonas ist im Friseur. Ja. Jonas hat mich im Friseur weg. Ohhhh. Ist ja gut, ist ja gut. Aber ich dachte bloß, er hat es nicht gesehen. Sehr intelligent, Paul. Jetzt muss ich das hier machen. Nein, Paul lebt ja nicht. Danke. Ja, komm. Ja, ich habe es gehört, aber ich habe es nicht gesehen. Ja, da kannst du wirklich keine gescheiten Waffen spielen, aber sich beschweren, gell? Ja. Aber du hast einen geil Arsch in der Hose. Oh, ja. 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 Oh ja, ja. Und ich versteh´... Ich versteh´... Und bei alle nur Salzる und nicht mehr richtig spielen. Danke, David. Du bist ein Meetigans. Honeywell kills Blackbirds. Hm, fehes aber chaos. Po... Mmm... Da. Ich wollte wieder talen Schönion. Erinnerlich. Bis Gott kann erkenna bringen, ob ich denn�� Okay bin. Und ACR, alter. Du kannst.. Es ist der Pro Klasse... Du bist doch nicht wegkomme, wenn ich sehe von vorne komme. ich hab schon einen Quickscope schon im Anschlag gehabt ich glaub ein wenig Strafe 3 Headshots dabei Quickscope im Anschlag ja, pass mal auf hier, jetzt ehrlich, jetzt soll mal hier einer kommen, Junge, meine Mauskarte bränt sich gerade aber scheiße, die Bitch, der Traum Alter, Slank, wir Sau warum guckst du dir den nicht an, der war geil warum also, einer war auf B-Seite, der andere sind kurz LOL, wieviel Klone hätte ich nicht haben der war nicht nice, der war einfach nur lucky, der war am Friseur meiner war geil, Leo, schon in die Ecke, ich geb ihm einen dicken Shot, Junge den hast du gesehen, oder? sehr gut, David sehr gut mach auf dich aufmerksam Rett, aber die ganze Cheez-Indrom dann läuft der dir vor den Flit und dann lädt so nach und dann messest du ihn, und dann messest du ihn neben und er fällt einfach um, weil er sich erschreckt hat oder du erschrocken oder du erschrockst ihn so hart, Junge, dass er irgendwo runter springt was kannst du eigentlich oh ich mich beantrage, ist David ausgeschlossen mit von diesem Spiel das ist der gute Laune, Strien da kommt ein Typ mit Mund-Ausschlag hat er denn so einen Mund-Guli, dass du den direkt umlegst fuck, wie macht man denn so ein Herz? so ne Scheiße so nicht, da ja, nicht close enough, würde ich sagen ja die 3 hat gepasst so Paul, jetzt um den Lieblingsmap, Bail Out Bail Out Au, 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 Au du bist die KD Oh, ich bin so stolz auf dich du bist ein Kack-D, Junge und ich hab'n Kack-D ja, mit Shotgun Akimbo und AK und ACR ja, okay, wenn ihr Feuer gegen zwei Leute nur mit Sniper spielt Au, 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 Au du kommst jetzt in dein Hele, Junge Paul, was sagst du eigentlich von heute Abend von ein bisschen Daisy-Sturri? mal guck, ey oh Gott oh ja, ich spiel mit meinem Lieblingschatz Siebär das hat sich jetzt pervers angehört ja, nein nice wir verlieren ja mhm wenn Leo sich nicht zu Anfang sofort einmal absnacken lässt ich spiel jetzt ne Klasse, die ich nicht fertig einstellen konnte aber okay ja, ja, ist nicht schlimm Jungs lol sehr intelligent sehr intelligent, unser Paul mal wieder sie sehen ihn in seiner Vollkraft jetzt hätte ich mal aufnehmen müssen ich kann, oh hi ja, ich würd' ich erst den Clay gesehen haben ja, immer bei B im Haus ey, da wo deine Clay lag, ne hab ich meinen C4 hingeworfen, wollt's wieder aufnehmen aber immer macht's Klick, jetzt hab ich mir so das hab ich in, ähm hab ich dir das eigentlich schon erzählt mit meinem Kater in Black Ops 2 besser nicht aber das gibt da ne bessere Posiger ja, geh da, naja ja, rechts muss die Bombe holen, ne? nein, da ist Scheiße, ja, da ist besser in so'n Stück nach links also mein Kater auf Carrier, ne wirft die ganze Zeit C4 und kommt immer nochmal auf die Passe und sprengt das, immer wenn ich's aufnehmen wollte genau in dem Moment, in dem ich's aufnehmen wollte die ganze Zeit immer ja, ich hab's bekommen das kann man doch gar nicht aufnehmen in Black Ops 2 schon ach, in Black Ops 2 hab ich grad gar nicht mit ich geh mal pink und das ist mir zu unspannend was sagst du, Leo Cam? ey, das ist Lukas Lukas? du hast mich davon getötet worden weiß noch nicht, wo du rumrennst aber ohne Witz, David David hat irgendwie immer nicht so'n Überblick über das Spiel, hab ich so'n Gefühl 3 0 3 aber sich immer über G8-Sniper-Klasse naja, ich hab das meine Sniper-Klasse, da darf ich das erst mal Flash werfen da hat der M-Wort auch gut eingegriffen findest du nicht auch Leo? das ist so'n Sprayboard, Junge SB B Jonas? ähm, einer über A lang einer A Treppe hoch oder ich weiß nicht, ob er unten geblieben ist auf jeden Fall sind die bei A Paul, zwei Leute bei A ey, mein Kater muss mich echt lieben ich will, ich renne an meinem Bett vorbei, auf dem mein Kater liegt was macht der Sprich mir noch was macht der Sprich mir noch vor die Füße ich war ja so fäll, Alter LOL, wie kann der mich denn töten? die sind in dem Raum, der ist im Raum, Paul NEEIN Alter, ich jump, ich jump da rein von der Leiter aus ich stehen beide da, ich versuch den Einzelnen was hab ich denn bitte für ein Skate-Team, Alter ey, ne, ich renne an meinem Bett vorbei was macht mein Kater, springt mir vor die Füße ey, ich bleib kurz vorher stehen er dreht sich um, springt wieder aufs Bett äh, suicide-Kater sagste das ist mal ganz echt, wie hat der das überlebt, ich hab meine Karte schon mal eine halbe Treppe hochgetreten und ich hab eine A ich hab eine A ich hab eine A LKW einer hoch zu, ähm einer noch am LKW einer war am LKW wow alter Paul mein Herz ich dachte du kommst da über die Treppe ich schmeiß du die will mich gerade umdrehen alter tschüss du kommst ja nicht rein du kommst nicht rein du kommst nicht rein alter mein Herz oh, aua scheiße, ich kann die Intervention da nicht spielen oh, das war jetzt natürlich Sentin lol danke fürs Schieben sorry guys oh, alter jetzt hab ich ein Gelb weggenommen oh, alter Jonas war danke, dass du mich gerecht hast die Camper-Sau kämpft er da auf die Treppe äh, B Treppe, B Brücke B Brücke ja, ich weiß auch nicht erst mal hinlegen, David eine Zeit der Welt das ist so ein Witz das ist jetzt so ein Witz das Spiel ist so ein verkackter Witz ey wieso naja, guck's dir da an naja das hat kackt ja, ne erstmal wieder Sniper oh man mhm, alle gauern auf die Bomben noch mal ja, ich liebe dieses Spiel nicht sehr schön ach, ich dachte mir ich hab dich nicht gesehen oh, 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 oh alter wie slack oh ja, aber bei mir auch hart alter direkt angekammelt man, die Killcamp wäre eine komm, wär so geil gewesen ich war bei Jonas direkt drauf ja einer LKW mhm, das war doch warte, wir haben den Brücken mal einen reingelückt bei denen haben Sie die Stärke die Stange vom LKW den Arsch gerettet läuft Flash von oben von A äh, von B-Haus was ja, da kam eine Gegner der Maman wissen wach wach wich so hässlich naja wohl oder über Paul hat es den grad nicht gesehen nee, gerade nicht ne ne, die war eine Treppe das war äh meinst du den hier meinst den den hier das mei ich nein, ich mein an der A Treppe hier oder ey, ganz ehrlich das sind beides so ne Spackos die kamen da beide mit Schrotflitten hoch der kommt auch rein der kommt auch rein der kommt da rein der kommt da rein der kommt da rein wo denn er ist ja grad hingelaufen der ist ja grad hingelaufen der ist wahrscheinlich auch ach 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 wenn die mal überdreht oder so das geht, das geht gut ich bin ein Baum scheiße alter Jonas doch und er hat nichts mehr spielen sie werden alle das ist die sauerung wie gut wie kannst du den ersten verfehlen alter ich weiß der war bei mir drauf auf jeden fall zum bobby was von das ist ein mörder die mörder baum sind hier zumindest das ist ein leberwesen das ist nicht mehr guten morgen mann es muss die hinterher ich hoffe ich habe ich habe gar keine auf dem boden wenn die Welt die Linke sei da wo ist das denn hin geflogen das ist gar nicht so lebt da noch einer woher der Bedeutung der Bedeutung hinter dem Alter wir gerade in den kleinen Raum rein Alter machen ich mich erschreckt Alter brüch Leo erst mal an wenn es dann wieder kommen die Nachbarn wieso wurde denn deine Klamour nicht ausgelöst die Standort Scheiße dort ist so ein Bobby war ich habe mich erschreckt Paulus versorgt für ich dachte irgendwie ins mit dabei ich hab das stehen auf einmal kommt der Händler Emil Lukas spielen war Mann ist ein Jahrhundert als ich muss echt sagen eine LKW das Schlimm Paul einfach nur Schlimm Paulus sei heim da ist er auch noch so ein Licherspot alleilie Alter Schwede ich habe bei jedem immer genau wenn ich abdrücken wollte hat es geleckt Fluchten letztes Mal ich kann ich nicht mehr letzte Kugel wie da wird mir entgegenkommen egal ja wie wir beide da durchgegengecreepsleidigen Alter auf einmal LKW und tot Hi David das ist doch jetzt mal Bullshit ein Magazin aus der SCAR reicht na klar die wurde früher eigentlich erst in einer anderen Klasse ich mach mal was kurz Paulus meine die ist gut Alter Emil ihr klötet hier alles lol ähm A Treppe oben was das bleibt nämlich auch noch weg wer steht da Alter Alter bei mir hat der richtig gelegt hat er sich geportet erstmal ja bei mir auch mitten im Schuss geportet weil sie drehen mich da aufstehen auf einmal beide alter ja und du hast dich über geportet zieh das mal rein Jonas rum lol du hast dich hingelegt du hast dich hingelegt bist vorgerutscht ich weiß das die ganzen Leute ziehen den Boden auf jeden zack weg voll voll zerst mal wo steht der jetzt ja ich hab die Bombe ah gut zu wissen Leo hat die Bombe übrigens oh ja die gehen sowieso gleich raus wenn ich sterbe warum gehst du raus wenn du stirbst what ich hab grad gesagt du gehst raus wenn du stirbst da ja ich schieße ruhig auf mich nein schieße mich auf die Wand Junge so habe ich gesehen nichts sehr gut geflasht wenn die Granate wird ich bin selber geflasht Alter ich lag ich kann nichts machen Leo komm jetzt mit komm jetzt mit sterben ohne Witz ist es für mich nicht mehr spielbar 10 FPS so gefühlt bei jedem Schuss aber es lag auch nur beim Schuss immer wenn ich schießen will dann stell dich mal ein stream offline stell dich mal ein stream offline probier das mal aus das liegt vielleicht auch am Overlane ja das hat bei Bramman auch schon geworden ja das ist ja gut das ist ja gut was ist denn hier warm ist noch mal auf dein Netz 2 ja ich weiß ähm ja es gibt noch Lärm oder irgendwas bei Bramman hab ich gar nicht hingeguckt Alter Leo Auwe ähm Leute muss ich dann aber ich muss doch nicht im offline Modus neu starten ne du sollst dich einfach nur im Spiel offline stellen dein Name offline dein Name offline du sollst dich einfach nur im Spiel offline stellen dein Name offline hey wo stelle ich denn meinen Namen offline Martin, bei allen Freunden, du machst alle Freunde und dann bei deinem Namen offline. Kriegst du drauf auf dieses kleine Dreieck und dann offline. Du kannst noch mal einen Kopfhörer ab, du berufst extrem hoch. Durchbüllst du rum. Durchbüllst du rum. Alter, ey, zum Glück hat die zwei Schuss, wie du da verfehlen konntest. Und siehst gleich, wie geil ich gefällt habe, wie ich mich erschreckt habe. Na ja, close enough würde ich sagen. Dann würde ich mal sagen, hab ich das ganze Team fertig gemacht. Ja, mit den Schrotflinten besiegst du auch Panzer. So, wo kommt der Panzer? Er kommt mit seiner Mini-Schrotflinte. BOOM, Panzer weg. Alter. Da guckt die Armee nicht schlecht. Ja, nehmen wir auch einen Panzer. Oh, fuck. Irgendwo von der Seite. Ich hab ewig einen Hitmarker bekommen. Ja, du wärst auch fast gestorben, ich mein' Z4. Der war am B-Haus. Die nach hinten. Beide B, einer Müll-Eimer. Alter, dann hab ich noch mitgeholt. Sehr gut geschossen, Lukas. Ja, ich weiß, es war das Skillshot in Level 100, Leute. Das war's gar... Das war's. Das Skillshot in Level 100. Ja, ich weiß, es war jetzt nicht mehr in den... ...lautsch. Tot! Ich? Ja. Meinst du? Ich komm noch nie hoch. Ja, sag's ruhig noch, danke. Gott. Finde ich jetzt doof. Pass auf, wenn du defuust, musst du auf die Bombe draufklettern. Falls du defuusten solltest. Weil du sonst die Bombe nicht bekommst. David, du musst zu aast, bewusst gar. Geh mal kurz gucken, ob der nicht schon plantet. Äh, entschärft. Boah, wer macht dieses Scheiß-Geräusch? Das hat's jedes Mal irgendwie'n Schuss, Alter. Das ist Paul. Das bin ich. Ich erschreck dich jedes Mal, Mann. Was machst du denn, Bruder? Krüschst du deine Pizza oder was? Ich? Oh, tot. Was sag ich? Schafft er aber nicht mehr. Raufklettern, schaffst du nicht mehr. Renn weg, renn weg. Schafft er denn nicht. Mir stirbt noch, Alter. Stirbt noch. So, ich hab die Runde mal geholt, Jungs. Mist. Ich hab's dir noch davor gesagt, du musst draufklettern. Ja, ja. Das Problem war eh, wer ist denn C4 war das? Pauls. Nein. Nee. Nee, ich wusste mich da echt für Weiß liegen, weil ich mir dachte, die Blechzünder da ist. Kommt drauf an, welch ist die Filo Mainz? Das ist direkt am B-Haus auf diesem komischen... Ach doch, das war Mainz. All der Junge, der Typ kann kommen. Noi. Noi, der steht auf der A-Trappe. Ist schon einer tot, oder was? Der A-Oben. Ja, irgendwie hab ich gefehlt. Wo der in den oben? Ja, auf der Brücke. Also auf dem Dingszahn. Der kommt, der kommt, der kommt von hinten, bitte. Ja, der steht auf der Brücke, auf der Treppe. Alter. Help! Treppe, ja. Der hat sich hingelegt. Der ist jetzt, ähm... Pass. Gut. Ja, genau, dann kommt die Flash natürlich. Ein Double Kill rausgehauen, sagt er, Jungs. Paul, hast du denn noch einen geflasht? Ja, hab ich als einzigste eine 3-Aptik, können wir uns mal hinabklären. Ja, ich hab geflasht. Ey, mein Zen-Tex-Kill war geil. Einfach mal gesehen und hingeschmissen. Ja, da sieht man's los. Lol, ja, sicher die Flash da oben hin. So, Kau, ich hab mal ein Double Kill fürs Team gemacht, sagst du? Ja, ja, er war geflasht. Ja. Ja. Zudem leckst du leckt? Oh, Jonas. Jetzt aber. Mit Sniper nicht. Jonas leckt jetzt nicht mehr so? Doch. Immer noch. Jonas leckt bei mir rum, hoch 3000. Hoch 3000. What the fuck A. Schon wieder? Machen die eher was anderes? Fuck. Einstein. Der hab ich immer als erster sterben. Wow! Beide bei A. Beide bei A, Paul. Der ist wieder ins Sturm gelaufen. Ich weiß. Der ist, der ist, der schaut da wieder. Stopp. So, komm. Mach Korn! Mach Korn! Tüße doch mal was! Junge! Ich bin doch beide! Nimm doch irgendwas auf! Nimm doch irgendwas auf! Alter, schön. Irgendwie hab ich jetzt der Bauchnerglas gar nicht gesehen hab. Spielt ihr jetzt wieder richtig, oder was? Ich? Ja! Nö, ich renne jetzt in den U-P-Follmann rum. Ja, ist er nicht richtig. Ist ein Marathon reich für dich? Also ich rush einfach nur in die Web. Alter! Boah! Pfff! Alter, wir lecken ihn hier so. War knapp! Ist du gerade untergefallen, Lukas? Nö. Hallo, Schlocki! Hörchen! Wir sind wieder bei. Wir sind wieder bei. Wir sind wieder bei. Ja, das weißt du immer ein paar Sekunde. Ja, der andere ist da auch. Der hat es... Äh, Headpitch. Vielleicht Elotix. Töten! Paul! Alter, Paul, wie hart du noch angeschossen wurdest. Alter, Paul, wie hart du noch angeschossen wurdest. Ich hab dich noch hinten gesehen, aber da musst du mich entscheiden. Ja, du leckst mich auch. Du hast zwei Fronten gekriegt. Aber David nicht an der selben Stelle. Alter, ne? Du standest bei mir auf der Treppe. Ich schieß dich an. Auf einmal bist du weg. Leut? Leut? Jonas teleportiert sich bei mir einfach mal eben weg. Den Fehler darf ich nie wieder machen. Alter, Paul, guck mal unsere Studs an. Leut, hinten beim Spawn. Paul, hast du unsere Studs angeguckt? Alter, die schenken mir einen. Wie konntest du das mit überleben? B-Brücke. Oh, geil. Tschüss. Spawn. So, lol. Alter, bei mir leckt es wie Sau, Alter. Was denn? Ich hab dich schon angeschossen. David, wie war die Nate eigentlich geworfen? Also, wo ist denn die eingeschlagen? Guck doch. Da snackt der mir eiskalt den Kill. Ey, ich hab dich schon angeschossen, Junge. Ja, ich hab zuerst geschossen, Junge. Am Arsch. Da snackt der mir eiskalt den Kill, Alter. Alter, wie hast du denn das mit überleben, David? Ich hab dir in den Kopf geschossen. Tja. Kämpfer hat ne Hohlbirne. Oh, gut. Oh, Leute. Du weißt, du bist ein Kackels gebrochen. Brücke wieder. Brücke. Du hast du nicht getroffen. Alle drei. Alle drei B. Ach, Leute. Der kämpft an der Brücke. Der kämpft an der Brücke. Ach, der ist tot. Ach, der ist tot. Der kämpft. Paul, soll ich vier drücken? Nö. Paul? Nein. Paul? Ja, ich sterbe auf jeden Fall. Du hast irgendwie ein bisschen langsam geschaltet. Ich hab grad, ähm, gekratzt. Oha. Und ernst. Und ernst. Ja, hier kommen wir. Das hör ich dir nicht mehr. Mondo bist. Paul? Ohne willst du gar nicht hören? Alter, das ist so tragisch. Wir haben halt gut angefangen. Alter, wie wir so voll angefiegt werden hier. Leo legt sich natürlich hin. Das ist ja auch mal fett jetzt. Das ist das Schlaueste, was man machen kann, wenn man von da angeschossen wird. Einer zu B, Jonas. Stimmt er ja nicht. Einer steht nach hinten bei denen am spawnen, der andere auf der Brücke. What? Ja, ja. Drei Hähnchen. Drei Hähnchen. Ich wusste es, das kann nur... Nein, da kommt der nicht genau noch. Das kann... So was kann nur Jonas. So... Nur wie ich campen. So eine andere. Guck mal auf die Meppertür. Der stand... Der stand in dem Haus um auf der Treppe. Töten, töten. Der ist nicht so. Ich weiß. Ich muss das mal noch hören. Hat Leo den spät gesehen, ey. Ja, das bist du, wenn du kommst. Ja. Das ist weg, man hat doch die Gegend. Oh, dass du wirst bald jetzt gleich sterben. Das ist mir doch schnuppe. Ich hoffe, dass der jetzt mal nicht kommt. Ja, sag's noch. Ja. Wieso höre ich denn Pauli nicht mehr? Leo? Ja. Okay. Alter. Vielleicht sollte ich nicht mein Sound ausmachen. Pauli? Ja, erzähl ich mir. Ich hab mein Sound ausgemacht. Ist klar. Das ist einfach ein Robby, Alter. Reflexe, Alter. Das geht gar nicht. Ich konnte noch nicht schießen. Ich bin aufgestanden. Hättest du gemessert? Nein. Hättest du gemessert, Alter. Habt ihr ehrlich auch manchmal den Fakt, dass ihr nicht schießen könnt? Und dass ihr nicht ziehen könnt? Tagtäglich. Hier ist eben, wo ich aufstehe. Kann ich meine Katze nicht in den Kopf schießen. Hmhm. Geilige. Ich hab den Bomber aufgeklackt, Bug. Ich bin im Spawn noch obendrauf. Oh, Jonas leckt hinten bei der... Wie Jonas leckt? Das ist so nicht mehr feierlich, ey. Ja, bei mir leckt's aber auch hier. Lass mal ein Pin... 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 Pin 10... Ja, ich weiß. Aber da hab ich ja keine Zeit zu. Wieso? Wieso? Ja, weil ihr mal gleich die nächste Runde macht. Was? Was? Alter, der ist A oben. Zumindest kommen da die ganzen Flashes. War der voll verschlingen. Tja, ich bin aber grad woanders. Ja, mein Gott. Was soll ich machen? Okay. Oh, Leute. Pauschen lebt ja auch noch. Wo war denn der? Äh, hinten beim Spawn. Da, wo du gerade drauf schaust. Danke. Bitte. Schön, Fürst. Gingst du mal. Du bist sowieso echt. Ja, ohne oh. Man. Ey, Wat.... Ich bitte dir... Wat hasch du denn? Szalala. Ich... Ja... Boah, noch keinen herzlichen Schuss die Sonne abgegeben. Boah, Alter. Ja, Jonas, dann geh doch jetzt halt raus und starte den PC neu. Wetten, wetten... Okay, die planten bei B. Du musst planten. Oh, halt doch dein Mund! Ach so, sorry. Ey, du bist teilweise auch... Mitdenken soll gelernt sein, ey. Ich wundere mich schon, wo die bleiben, ja? Ja, bloß, dass ich planten muss. Ach, Mann. Ja, ich fang an zu planten. Dann legt auf einmal plantet der nicht mehr. Achtung, da kommt einer rein! Achtung, da kommt einer rein! Achtung, da kommt einer rein! Da kommt einer rein! Da kommt einer rein! Boah! Ja, mein Gott. Du bist doch nicht vorbei! Du, Paul, ich bin jetzt wieder pissig! Nee, ich spiel einfach nur mit Sniper und hier dieses Geflashe. Das geht mir langsam voll auf die Eier, Alter. Entschuldigung, aber ich wusste die Flashen, das hätte ich nicht mehr gekriegen. Das Ziel verteidigen mich! Loh. Kann er nicht unter dem LKW? Pass auf, die kann er drunter durchschießen. Wer soll aufpassen? Ich? Ja, du. Ich bin doch nicht mal LKW. B-Haus. B-Haus. Achso! Ah, ich wechsle einfach mal Waffen, Alter Legs, du! Oh, ja! Gegen Jonas, Alter, gegen Jonas spielen ist so behindert mit den Legs. Ich... Wow! Wow! Ich schieß auf ihn, auf einmal... Auf einmal ist er weg. Da! Scheiße! Zu spät gesehen. Da hatte ich no Reactions. Oh, Alter Legs. Und dann muss ich mal... Wie Jonas immer noch so gut ist, ohne Mitsnacker. Ja, und dann musst du mal probieren, ihn zu treffen. Ja, ja. Das ist klar. Einer ist, ähm, am Kopf des LKWs. Ist durch. Zum Haus. Irgendwo rein, Leute. Bei einem Pool. Irgendwo rein, Leute. Bei einem Pool. Ja, das ist klar. Einer war reingelaufen. Oh, 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 oh. Ich hab's noch gehört. Ich hab's noch gehört. Ja, ja. Mach's den jetzt. Der Leggy Leg Leg, Mann. Radienet um. Hopp, hopp, hopp. Der Leggy Mannet geht um. Oh, Alter! Willst du mich verarschen, Mann? Juhu! Das war wie vorhin, als Paul da war. Wenn er hochgekommen ist. Nein. Noll! Ja, noob. Ähm, nur beim kleinen Raum gesnabt. Oh, man. Wie er immer an den gleichen Posys hängt, Alter. Jonas, das gewinnen wir noch. Ja, ja, Jonas trifft man... Du mein Bestes. Jonas trifft man ja nicht mehr. Den kann man ja nicht töten. Auf jeden Fall war der drauf und so. Also... Bei mir war der drauf. Ja, weil der überhaupt nicht drauf in der Ecke war, war er bei mir auch nicht drauf. Suchen und zerstören. Das Ziel verstößt! Das Ziel verstößt! Das Ziel verstößt! Das Ziel verstößt! Deswegen ist Jonas wahrscheinlich so gut, weil man denkt man ist drauf. Alle gehen überarm! Ja. Ja. Weitwältig vom Gerücht. Na sicher! Na sicher! Nein! Nein! Genau! Ich bin im Haus hinten in meinem Pool. Drinne! Snap da raus! Auf Vorsicht! Der brischt mich da auch noch, ist klar! Oh Gott! Du hast ihn gesehen? Ja! Ich fände... Ich fände... Ich fände... Ich fände... Ich fände... Man, Leo bleibt einfach drin, der hat einen Tape-Lock geholt. Harry aber... Nein, Tape-Lock ist auch noch da. Tape-Lock ist auch noch da. Tape-Lock ist auch noch da. Jonas, der plantet gleich A. Ja. Noch wurscht. Soll er machen. Pick ich ihn hart. Ne, Pape-Flo mal mitgehen bitte. Plente doch einfach A! Ich hätte noch ein bisschen warten sollen mit dem Pape-Flo, Alter. Alter, Leo! Wie wenig checkst du eigentlich? Was denn? Mann, dann lädst du ab. Du bist ja genauso wie ich gerade neben, ne? Alter... So, hast du noch was zu meckern? Alter... Ja! Warten! Ah, machst du nichts! Leil! Soll Kraus in die Bombe holen und deine Sprossenwellen. Hm? Ist mir doch egal. Ja, wartet hier eben, ich starte eben mit 10-9. Ja, Leo war nicht schlecht gemacht, dann im Endeffekt. Aber das mit der Bombe verraten war ein bisschen... Naja, irgendwie... Ole! Und jetzt... Ey, ihr könnt selber nur 2 gegen 2 spielen, bis 4 oder so, oder bin ich wieder da. Ja. Let's go, Paul. Fähig mit? Bis gleich! Warte mal ganz kurz, ich will mal kurz was ausprobieren. Super, jetzt habe ich glaube ich keine Sekundärwaffe. Wenn doch, dann habe ich auf die AA12 geklickt. Obwohl ich auf die da drunter klicken wollte. Mann! Du bist doch ein behinderter Schrumpfkopf, alter. Huuuuh! Ja, eigentlich dicht, klasse! Das ist richtig verschlossen. Yay! Yay! Oh! Schön! Ja komm, rocken wir's! Ja, ich hoff's! Einer bei der Brücke beim B! Überbrücke! Ja! Überbrücke, Junge! Überbrücke! Überbrücke! Oh! Leo töte irgendwas, bitte! Ja, der ist da bei der kleinen Holzstrahlbrücke! Weiß ich nicht, der hat mit Schalldämpfer, ich glaube der kommt von uns am Scorn. In welchem Haus? Bei der Steinbrücke. Hinten. Hinten? Bei denen, oder bei uns? Ich kenn den. Ich kenn den gar nicht. Ich kenn den. Ich kenn den gar nicht. Ich kenn den gar nicht. Ich kenn den gar nicht. Bei uns bin ich dran, nur. Um meine Posit zu verraten. Haha! Geil alter! Ich bin da zu eh nicht mehr. Hä? ich noch mal sagen wo ich bin der ist da irgendwo also nicht bei armen der nicht nur siehst du ihn ich wusste übrigens nur habe ich dich blendend sehen ich habe mich nur gewundert warum ich dich nicht geflasht habe ja du spielst sie doch selber ich meine ansonsten ja ich spiele auch eigentlich nichts anderes als ump der multiplayer oder halt jacquembo ich weiß noch in der ersten folge durch ist ein hacker drin ump akimbo ja mann das war lustig mit uns also eine war mit dir noch der brücke habe ich gesagt sie na leo wo bist du ich hab doch irgendwas gerade gesehen ich hab doch ein bisschen stehe oh leo du bist so tot ich weiß wo 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 sag an nee keine ahnung um ihn zu verunsichern bist du jetzt es ist es geht weiter wie schlechter der geschossen oh mein Gott ich glaube er wurde er ist im suikos lol weil ich will keinen entspannt bleiben wo war der anderen seite bei dieser durchbrochenen mauer du hast ihn gerade gesehen oder er ist oft genau auf der anderen seite los auf welcher anderen seite du warst an dem schweinestall da oh der herr oh der herr da macht das weinkraffer nacht ich wusste es hab ich ihn genannt das ist doch der war im schweinestall äh Paul hast du kein anti-aliasing drin äh anti was anti-aliasing was ist denn das magnum schwarz äh weiss ich nicht das ist deine Einstellung du siehst es über deine Einstellung aber meine sind auch schwarz das stimmt aber ich weiß nicht ob ich er in der nächsten äh mit dem ist ein Bach einer bei denen über die Brücke Hallo Jonas hallo einer ist über die Brücke ja leo ist da irgendwo flasches ja das war meine die sind beide bei b glaube alter wie viel zu beten kann ich nur zurückgeben alter du hast ein ganzes acr vollmantel feuerkraft magazin geschluckt du hast du hast irgendwie vier berths ausgehalten kommst du bitte mit zu b david oder so weiter ich brauche dass meine tasse von kaputt das war auch einfach mal rauf auf meine y-taste geht ja beim raufkommen ja töter sehr schön die anderen auch noch so lieber neuer da geht alles kaputt bei paul das glaub ich gerade glas kaputt gegangen oder paul ich weiß nicht mehr ich bin ja schon gespannt bei wem die jonas reinkommen ja bei uns weil ich ja wenn er wieder autos zu weisen naja kommt über uns rein wir verlieren sind das ist egal jetzt tötet ihn einfach mann wo man das hat hoch alter lukas also david ich kann mich nicht bewegen ja leben ist wir sind einfach super dann verlässt du das jetzt ja was sollte ich machen ich kann da überhaupt nicht mehr weg und schießen konnte ich auch nicht richtig bei mir das braucht irgendwie ewig zum starten ja lass mich doch ich habe gerade ein flexcreen sehr nice kannst du dich hinüber wegen paul oder was habe ich jetzt nur zum fünften mal gesagt jetzt geht es ja ja keine über die brücke das heißt die gehen wahrscheinlich zu a oder die sind durch den zirkus glaubt ihr wer nicht jetzt ich glaube die gehen auf a das ist ja schön Ja, 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 ja. ja okay der war in diesem schweine stand war am head glitschen zwischen zwei fehlen durch also pass auf also praktisch sein oberkörper war bedeckt und seine eine seite war das nicht doch das war doch du sagst doch in diesem schweine stelle oder ich bin dann davor gerannt ja genau jetzt kommt jonas auch noch weil auf jonas kannst du nicht schießen nicht an der Schottgang der andere ist da auch noch bei den an der Holzbrücke am Anfang jonas macht der beliebigen Zirkus nur als gut hab da hingezielt wo der Schuss herkam da warst du nicht sieht mich auch nicht doch man sieht dich ich hab da auch auf dich geschossen aber es ist bei mir schon mal nicht mehr so denke ich dich bei euch auch nicht der lecker doch wo ist er denn ja ich hab mir nicht mitgehabt es hat gelegt Leute hinter dir Alter was knapp hä was woher wo ist der Leo das denn Leo ich hab Leo vorhin angeschossen so was weißes was ich vorbeiflitzen sehen Paul drehts Ärmer mit Kreis und Messer ja was soll ich denn machen neue Regen tanz ist doch nicht schlimm boah ich find das so gay das ist nicht mehr schrecklich das ist hier keine Close Quarters Mappe wie Close Quarters Mappe Close Quarters Mappe ja dann könnte ich wenigstens mal eine äh Desert Igla Kimbo spielen ist mir schon klar Alter alles okay Bombe liegt auf A-Spot Kaletten boah mein PC rucklich oh ok sag Jonas halt kurz mal ja voll ach nö ich komm zu der Ruhe nö nö ja wenn es eh die letzte Runde eventuell sein könnte ja wir sind gar nicht zwölf Runden ich sag mal nischt ja und zwar oben nee es geht wieder es geht wieder er ist A in A A A aus oben drin hab ich dir noch schön eine mitgegeben mhm ja ich würd sagen die Runde machte noch Kanten dann hört's mir mal auf zum Screamin wieso sehr gut geworden Leo 1 A ich weiß das war die King Date überhaupt ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß ich werd mal nicht sagen Paul ist weil ich ho ho alter Paul in die Rübe die Schüsse alter äh geil ich bin Jonas ich kippe äh ja das war doch zu erwarten bei Jonas mhm das war jetzt nicht komplett kack jetzt 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 ja ich bin ich bin ich bin ja probier mich darauf zu holen ja ich mein bestes jonas jonas geht mit rafika ins b-haus alter david du bist so ein mongo jetzt ins zweite b-haus ja was soll er machen er ist jetzt oben auf dem Dach das ist alles zeitverzögert also das ist alles zeitverzögert alter Jonas war das in David ja ich weiß nicht ich komm mich ich komm mich nicht zur seite drehen ne ich hab einfach mal eben kurz mal wieder angemacht ja david natürlich weißt wir kein anderer macht's aber du ich schau da drauf naja ich hab halt den zweiten Bildschirm naja du kannst halt nicht anders gewinnen ganz einfach gut doch hab ihn ja schon wieder nie ja ich werd hier grad runter so und jetzt hab ich ihn da überweskeller jeppi er verdient was ist das einlass über die Brücke boah das ist so ah witz HCR Vollmantel auf A mit Bombe so sind jetzt die Teams einer überholzbrücke Leo setzt ein was du hast letzte Runde Richtung B Richtung B Richtung B Alter wie wenig kriegt Leo eigentlich mit war der ist im Haus tschüss der Typ im Haus jetzt das andere was du hast auch alles noch was du hast ganz ehrlich ja fredat was wie meine ich hab das gar nicht ich glaub das wurde mir nicht mal angezeigt hau raus hau raus die AT130 jungen ne ich würde sagen okay dann mach so über beide Spots nein nein du sagst hier unten hin ja rechte Maus einfach loslassen genau jetzt so über beide Spots aber trotzdem das hast du schon gesehen ja ich bin nicht blind was denn ich kann den sport noch nicht aus dem bäste ich darf so was ja da darf man so darf man sowas Das ist eine Flasche. Wäre so geil gewesen, ne? Den haben wir mitgemacht. Ja. Oh, ey, da wird die Maus aufgelissen, als es die oben geht. Paul? Ja. Ihr braucht doch nicht tippen, wo ich bin, oder? Ja. Hier tippt keiner von uns, das war dein Teamkollege. Nein, nein. Alles klar. Wow, ja, das war so klar. Heute rum, dass man nicht Sniper spielen soll, wenn man nur mit 8, äh, hier, na, wie heißt das Ding? Die hat es in Akimbo? Der Sat Eagle spielt Akimbo, ja, und spielt selber nur mit seiner Rafika. Mit seinem Fika. So, zu mir. Oh, der ist von dem Sieg. Kommt gar nicht, er... Ja, David, ich hab dich noch nie mit einer Sniper rumrennen sehen. Nur mit dem Sniperanzug. Leck mich doch. Ja, ich, ich versuch wenigstens noch die Sniper zu benutzen. Ich würd mal sagen... Aber dann kommt wieder von Lukas, ja, du campst ja, wo ich wieder losrenne, und wenn ich losrenne, werde ich nicht mit der Sniper in der Hand rum. Komm. Oh, der geht noch. Hast du jetzt auch zwölf Runden eingestellt, oder wieder nur vier? Hm, weißt du noch nicht. Weiß ich auch nicht, das frage ich. Wird nur vier? Oh, im Hintergrund wird grad im Fernsehen irgendwer gemoscht. Echt? Ich weiß nicht. Hm. Hm. Ach, Jonas, komm zu mir. Ja, ich bin auch im Ladeball. Wenn sich der mal füllen könnte, wäre ich mich selber gefunden. Ladeballchen, wir sagen Hallo. Ja. Komm, wir sind das klein überlegende Team, natürlich. Ja. Boah, ich darf auch mal das Dreier... Ach, ne, ja, ich würde auch das Dreier. Oh, ist das langweilig, ey. Wie keiner mit Sniper spielt, immer wenn sie in der Überzahl sind, alter. Ach, scheiße, jetzt habe ich die falsche Waffe ausgewählt. Komm. Tinky Winky. Dipsi. Tinky Winky steckt sein Dipsi Lala in den Pool. Ja, den kenn ich auch schon immer, weil den fand ich da... Den kannte ich sogar... What the fuck, alter. Wie viel Sch...